Hey, ihr Forz-Leute. Hallo. Wir sind gerade übelst hart Franz und Maggie am Pränken. Die sind hart da in der Rewe und wir haben uns jetzt hier unter so'n Tisch hier drunter gechillt und sind ultra versteckelt und wenn die jetzt kommen... Da sind sie. Die sehen uns nicht. Wir verarschen die voll. Alter, guck mal wie behindert die sind. Wie die ist voll nicht raff... Retarde darf man ja nicht mehr sagen, aber guck mal wie retard... Ja, guck mal wie dumm die sind. Die rufen uns jetzt an, weil die so blöd sind. Die sehen uns nicht. Oh, guck mal, die sind völlig hilflos. Das ist echt ziemlich geil, dass die gerade gekommen sind, als ich das Video angefangen habe. Da, guck mal wie blöd die rumlaufen. Jetzt gucken sie sich gleich an. Da, Franz, Alter, das sieht richtig hilflos aus. Guck mir eins an. Sie rufen wahrscheinlich dich an. Alter, wir sind echt voll die Prankmaster. Das wäre geil, wenn Micky jetzt hier anrufen. Hast du irgendwas, was wir auf den Platz werfen können oder so? Oh Gott, Micky guckt in die Richtung. Nee, rafft es nicht. Oh, wie wird die verarschend. Da, Franz, guck genau in unsere Richtung. Ah, der hätte uns sehen können. Ich kann mir einen Schlüssel rauswerfen. Ja. Das ist halt schlecht, wenn den jemand klaut. Da. Oh, wo sind die denn? Jetzt kannst du werfen, die gucken nicht in unsere Richtung. Jetzt ruft sie dich an. Das ist so, bevor er mich angehoben hat. Wie verpeilt die Kuchen? Oh, Franz ist schon müde. Die ganze Sura hat die richtig fertig gemacht. Ich möchte die Schlüssel ja. Ja. Hallo? 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 Da hat jemand den Schlüssel verloren. Micky, hol mal den Schlüssel. Ja. Der ist von uns. Das ist dumm, Alter. Oh, Entschuldigung. Da hat jemand den Schlüssel verloren. Na, Micky? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das, wenn man so reife Freunde hat? Au. Alter, hier Gewalt. Alter. Aber Franz muss ich noch mal kurz... Wo ist denn der? Der hat... Ach so. Der sah so richtig schön hilflos aus. Ja, ihr habt halt mehrmals da hingeguckt. Gutes Video geworden. Man hat euch halt echt...